Ein Ford B-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 105 PS auf ein Automatikgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis